Da geht er hin. Willkommen zu Let's Play Harms Moon. Er wurde entführt. Von meinen Augen und Augen. Dies können sie doch nie mehr beim schwachen Herztönen. Er wird mir fehlen. Gaka Gaudi und so. Ich habe mich dazu entschlossen, während der letzten Folge, ja, Gaka Gaudi, machen wir das nur mit. Und dann noch der Tag nach dem Gaka Gaudi und dann bin ich hier fertig. So einfach ist das. Aber ich lasse noch mein Handy laden. Außerdem habe ich hier immer noch eine Trinkschokolade, die ich vielleicht mal leer bekommen sollte. Ohne Futter ist doof. Ich glaube draußen windet es wieder. Ich liebe die Trinkschokolade. Ja, dass du was über das Gaka Gaudi sagst, das wundert mich nicht. Ich darf es wieder über dein Meer erscheinen. Also ein Fluss. Kappa, ich habe Gurken wieder. Ist mal eine andere Stelle, ne? Ne, geht nur nach da hinten. Ich dachte, geht nach da oben. Hauptsache animiert, um ein paar mal drauf zu schauen. Durch mein Herz blühen alle anderen auf. Komm her, Jennifer. Dein Herz bleibt aber auch irgendwie gelb. Ich kann nur noch an den Strand gehen, also ich sollte, in Klammern. Ich muss je ausgegeben. Ganz stumm geschwind. Das kann potenziell eine wahre Gegebenheit sein. Man muss es nur wollen. Wow, es hat sich wieder voll gelohnt. Heute ist das Gaka-Gao, die... Movefest. Habe ich eine Kuh, die potenziell das Movefest gewinnen kann? Nee, in der Theorie nicht. In der Praxis ist alles glückabhängig. Vielleicht kriegen die ja jetzt nochmal irgendwo ein Herz, ohne dass sie mich anstrenge, das Ding gut geht. Außerdem habe ich noch nicht die perfekten Kühe, also die mit 10 Herzen. Die zusammen zu bekommen ist ultra schwer. Eins, zwei, eins. Nein, ich habe einen Abzug gegessen. Das war Geld. 10 oder 12 Uhr. An sich ist es mir egal. Hier, Untergöttern. Take this eye! Kappa! Ich habe etwas, was zu dir passt und in dir passt. Wenn die Hose dreimal so groß ist wie die Unterhose. Unangenehm. Servus, ich bin Kekspieler. Unangenehm. Nee, sie brauchen doch gar nicht so, äh, so negativ wie mich denken. Nein, ich meinte das, was ich anhabe. Unangenehm. Ab 10 Uhr. Auf dem Adventsfall ist glaube ich sogar 12 Uhr. Nicht wundern, ah ne. Ich lade wieder nebenbei Videos hoch. Ja, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ey, diskriminier mich nicht, Harvest Moon. Das war ja so lang. Ach, der hat mich irgendwann mal kalt. Du weißt du, er will mir keinen Geschenk geben wenn das dünstvoll ist. Äę, mögen die Fehlenden fliegen ... nochmal die regeln hühner auf dem bestätigen knopf deine hühner anzufallen wenn du dann gar kein einfall hast du schenkst dich an wenn du das andere huhn vor deinem bude findet schreckst du dir die feige fliehen doch wenn dein huhn einfall ist wäre es nicht aber ganz deswegen könnte es selbst erschrecken und fliehen ok bestätigungsknopf was ist denn das genau renn weg du feige zu oh no nein aber schneller er hat nicht hingeschaut ok man schieb es weg schieb es weg schieb es schieb es weg perfekt kfc gewinnt so diesmal konzentration na passt doch es ist von selber runter ich dachte schon mein trend runter adobo ich gewinne drauf da attacke los verschieb es kratzfuri schnabel teckel perfekt kfc gewinnt glückwunsch zum sieg beeindruckende vorstellungen es gibt nicht viele die so ein starkes tun aufziehen könnte so ein teurer wird kann vier enthüffel hier steht bitte im haus auf bekomme ich wenigstens geld oder so gibt es wenigstens bei allen jetzt sympathie punkte vielleicht vielleicht liegt es ja bald goldene eier es kann potenziell goldene eier okay ich habe eine statue kakagau die trophäe ich habe die schon zweimal gewonnen easy ja das war wieder das kakagau die äh 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 erst mal wieder speichern könnte so na ich glaube das ist der vorletzte Tag und so langsam sollte mir die Erntegöttin wirklich dankbar sein wenn ich Ende des Sommers nicht den Aufzug habe würde ich ein bisschen beleidigt sein äh 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 na kassi du hast gewonnen du hast diese einmalige bedienung reiten mal kurz nach hinten hin so holt sich wieder gut hey erntegötten ich hab den hühner cup gewonnen das interessiert dich nicht rarsch mich nicht ich werde rache üben hallo ich werde rache üben ich werde gurken in andere gesetzöffnungen stecken genau du damit du für zwei sekunden appariert und dann wieder disappear ist jennifer ohne nein du rennst nicht weg jetzt können wir mal schauen ob unsere axt auch endlich fertig ist irgendwen müssen wir ja umholzen 10 uhr warten und dann los mit riechst zack nein die mitrielaxt probiere ich hier nicht aus ich wollte nur schnell speichern eintrag schreiben gehen nämlich an den strand und mal wieder zum zum alten schlitzrohr aber solange sich kai nicht hey du gehst da rein bei dem will ich mich auch noch so grundwegs einschleimen okay mit trauben kann ich den auch bestechen dann besteche ich den mit trauben so stimmt ich will die äxte ausprobieren die axt mit riegel axt warm dieser dumpfe ton einfach nur vonk gut das war's ist doch toll so habe ich ganz viele baumstämme wieder mitgenommen und wir sind bald bei den tausend vielleicht gibt es dafür auch ein achievement es kommt nach dem kaka gaudi erstmal lange nichts und dann nur noch das move fest okay so ähm speichern es kann nicht sein dass sehr lange nichts passiert Ich weiß, wenn ich noch eine Folge machen würde, dass was passiert. Ich will nicht. Geh weg. Ist mir doch egal, was der CDU passiert. Du 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 du. Ich ge luego gleich wieder. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich. ich habe in drei tagen vorstellungsgespräch ich mal wieder nervös am fingernägel kauen das fällt dir wie immer gut gefällt dir brandon Willst du mal aufhören, ein gelbes Herz zu haben? Nämlich rechte Insinne hattest du das letzte Mal auch das. Bonk, haltet weg. Da wächst kein Gras mehr. Tonk Tonk Dachtank Überschreit Ich besteche dich. Äh, Bewohner Guang hat mich auch schon sehr gern. Okay. 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 Du bist heute so, ja. Du bist heute so. Ja. Vielleicht kriegen wir es in der nächsten oder übernächsten Folge hin, daraus 1000 zu machen. Dann wissen wir auch Bescheid, ob... Okay. 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 Werken. Verkaufen. 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 tschüss tschüss gutes ei 80 ist gar immer so schlecht dagegen sind die wilden trauben halt gar nichts 6k kann ich damit leben bleiben wir mal bei 300 25 minuten basil die kommen keiner hat gelacht und niemand fand es lustig sag mal sind sie dumm woher kennst du meinen namen genau deshalb schneide ich in jedem part ich finde das selber langsam abfackend aber hey einfach ich brauchte sicherheitshalber ein bisschen stuff es sah nämlich so aus als ob ich bald bei harvest moon so weit bin dass ich keine folgen mehr habe glaube ich habe zu diesem zeitpunkt wo ihr das hört sind glaube ich nur noch vier folgen vor produziert ja das heißt wenn ihr das hört die folgen sind sehr frisch ich sehe halt immer noch kein gut das ein goldenes ei legt werde gescannt und das finde ich nicht lustig körper ich habe was für dich eine gurke deine aussagen sind wieder die best der best der best der best hier kommt meine traube ist denn los ist ich werde ich auf meine seite auf die dunkle seite der macht ziehen das einzige was du tust ist wohl ich bin jetzt gibt das nächste herz ich werde böse halk wütend halk feuerball feuerball ist meist mit feuer ja ohne ja ohne ja 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 ich habe was für dich hares auch auch die stadt und polizisten hat Ich habe aber ganz kurz vergessen, dass der freche Typ hier rumhockt. Oh ja. Geh rein, los Kai, du darfst das nicht. Ah nein, da ist vor mir drin. Ah, nein, nicht so. Es gibt immer mehr Geld, wie es mir gefällt. Es ist an der Zeit. Nein, 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 nein. 900 Holz! Ma 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 Master, kill kill kill. Das ist Maragdacademy. So, ich würde sagen, wir beenden die Folgen. Meine Vorproduktion für die Woche ist vorbei. Danach beginnen meine Ferien. Vielleicht gibt es da auch andere Videos. Ihr werdet es nicht mitbekommen, aber ich schon. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!